Ramses II., auch Ramses der Große genannt, war der dritte altägyptische König aus der 19. Dynastie des Neuen Reichs. Er regierte von 1279 bis 1213 v. Chr. und war einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägypten. Während seiner Regierungszeit erreichte Ägypten eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte, wie sie nach ihm unter keinem Pharao mehr erreicht wurde. Durch sein diplomatisches Handeln gelang es ihm, einen fast 50-jährigen Frieden mit seinen Nachbarvölkern, darunter auch mit den Hethitern, zu halten. Zur Person, Ramses war der Sohn von Setorsi und dessen großer königlicher Gemahlin Thuja. Er hatte wahrscheinlich zwei Geschwister, einen Bruder, der Nebchasten Bett hieß und schon in jungen Jahren verstarb, sowie eine Schwester mit dem Namen Tia. Lange Zeit wurde auch Hennertmeier für eine Tochter von Setorsi und damit eine Schwester von Ramses II. gehalten. Sie war aber tatsächlich die zur großen königlichen Gemahlin erhobene Tochter von Ramses II. Von seinen drei großen königlichen Gemahlinen Nefertari, Isis-Nofrit und Madhorne-Faia hatte er möglicherweise mehr als 15 Kinder. In der Zuordnung sind sich die Ägyptologen nur bei den folgenden sicher. Nefertari gebar mehrere Söhne, den Erstgeborenen und Kronprinzen Amun, Herr Schepes-Chef, Perevinemef, Seti und Meriatum, sowie die Töchter Merit Amun, Hennetaui, Baketmut und Nefertari. Isis-Nofrit brachte die Töchter Bintanat, Nebetaui und Isis-Nofrit sowie die Söhne Ramses, Chembasit und Merintar, den Nachfolger Ramses II. Zur Welt. In der Mitte seiner Regierungszeit um das 34. Regierungsjahr heiratete Ramses die hertetische Prinzessin Sauskanu, die den ägyptischen Namen Madhorne-Ferure erhielt. Von ihr ist wenig bekannt, obwohl sie noch im 61. Regierungsjahr des Herrschers lebte. Kinder aus dieser Verbindung sind nicht bekannt. Von Ramses II. sind als Nachkommen 40 Töchter und 45 Söhne bekannt. Designierte Nachfolger sind der Reihe nach Amun, Herr Schepes-Chef Ramses und Chembasit. Sein wirklicher Nachfolger wurde Dan Merintar, der dritte Sohn von Isis-Nofrit. Nach Aussagen von Wissenschaftlern war Ramses II. hellhäutig, etwa 172 cm groß und hatte bei seinem Tod weiße Haare. Während seiner letzten 20 Lebensjahre liet er an einer Versteifung der Wirbelsäule, die auch mit öfter auftretenden Entzündungen einherging. Aus diesem Grund konnte er im Alter nur noch tief gebückt und vermutlich an einem Stock gehen. Bei seinem Tod war er rund 85 bis 90 Jahre alt. Die Kindheit Das erste große Ereignis im jungen Leben des Ramses dürfte die Thronbesteigung seines Großvaters Ramses I. gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war Ramses etwa fünf Jahre alt. Da seinem Großvater bis zu seinem Tod nur knapp zwei Regierungsjahre verblieben, war das nächste Großereignis die Krönung seines Vaters Setorsi. Im Jahr 1290 v. CHR Als Ramses noch jung war, heiratete seine Schwester Tia einen Mann mit demselben Namen, Tia. Tia war der Sohn des königlichen Schreibers und damit Vorratsverwalters Amonvasu am pharaonischen Hof. Tia wurde Schreiber des Königs- und Schatzhausvorsteher und erreichte bei Ramses eine so hohe Vertrauenstellung, dass er später der Verwalter des Tempels der Millionen Jahre des Ramses wurde. Das Doppelgrab Tia und Tia wurde später direkt neben dem Grab des Harem Habin-Sekere entdeckt. Als Zehnjähriger bekam Ramses von seinem Vater den Ehrentitel Oberkommandierender des Heeres verliehen. Seine ersten Schlachten erlebte er rund zwei Jahre später im Nil-Delta. Als sein Vater gegen die Thiehenu und Meshwesh in den Kampf zog und der junge Prinz ihn begleitete. Im Folgejahr zog das ägyptische Heer in Richtung Syrien, um die Hethiter zurückzudrängen und die Stadt Kadesh am Ororontes wieder unter ägyptische Kontrolle zu bekommen. Nach dem Friedensschluss mit den Hethitern kehrte wieder Ruhe am ägyptischen Hof ein und mit knapp 15 Jahren erhob Setorsi seinen Sohn zum Mitregenten. Als Mitregent. Mit großer Wahrscheinlichkeit stand der Palast des Ramses, der ihm als Mitregent seines Vaters erbaut wurde, in Memphis. Die beiden Königsgemalinnen Nefertari und Isis-Norfred sind seit der Mitregentenzeit belegt. Ramses wurde mit ihnen in seinem 15. Lebensjahr verheiratet. Über die Herkunft beider ist nichts bekannt. Vermutungen der Ägyptologen gehen in die Richtung, dass Isis-Norfred möglicherweise eine syrische Prinzessin gewesen sein könnte, da die erste Tochter Bint-Anath genannt wurde. Der Name bedeutet Tochter der Göttin Anath. Anath war eine asiatische Göttin aus dem syrischen Raum. 1287 v. chr. Erlebte Ramses die Niederschlagung eines Aufstandes im Land Kusch mit. Seinem Vater gelang dies innerhalb nur einer Woche. Dabei machte er fast 1000 Gefangene. In seinem 22. Lebensjahr wurde Ramses von seinem Vaters Etozsi. Offiziell mit der Entgegennahme der Tribuzahlungen aus den Ländern Wawad und Kusch betraut. Zudem zog er gegen aufständische Beduinen im Land Kanaan zu Felde. Nun tauchte der junge Mitregent auch als vollwertiger Pharao erstmals auf Tempelinschriften auf. In einer Seeschlacht gelang es Ramses, die in das Nil-Delta eingedrungenen Scherden zurückzuschlagen, die sich mit den Libyen verbündet hatten. Regierungsübernahme Als kurz darauf sein Vaters Ethos im 25. Lebensjahr von Ramses am 26. Shemu III 1279 v. CHR Stab übernahm Ramses einen Tag später am 27. Shemu III die alleinige Herrschaft. Einen sogenannten chronologischen Anker stellt nach Meinung zahlreicher Ägyptologen das Neumonddatum im 52. Regierungsjahr von Ramses dar. Der erste Tag des Mondkalenders fiel in jenem Jahr auf den 27. Perret II. Alte ägyptischen Quellen ist zu entnehmen, wann der erste Mondmonatstag begann. In den Sagtexten gilt der zweite Mondmonatstag als Tag, an dem der Mond klein ist. Ein pitolemäischer Text aus dem Chonsu-Tempel in Karnak beschreibt die beiden ersten Mondmonatstage. Der Mond wird am Tag der Nichtsichtbarkeit empfangen und am zweiten Mondmonatstag geboren. Jürgen von Beckerath berechnete das Neumonddatum und entschied sich von den für ihn in Frage kommenden Jahren 1203, 1228 sowie 1253 v. CHR Für die mittlere Möglichkeit, da er bezüglich der Thronbesteigung das Jahr 1304 v. CHR Als zu früh und das Jahr 1254 v. CHR Als zu spät einstufte. Ausgehend vom Jahr 1228 v. CHR Ergaben die Berechnungen von Beckeraths in Rückrechnung somit das Jahr 1279 v. CHR Als Regierungsantrittsdatum. Dennoch ist die Ermittlung des Neumonddatums nicht unumstritten, da auch andere Berechnungsgrundlagen vorliegen. Gemäß neuen Ermittlungen von Rita Gauci fiel der astronomische Neumontag im Jahr 1228 v. CHR Auf den 28 Perret II Aufgrund der nur knappen Sichtbarkeitsdauer der Altlicht-Mondsichel im Monat Perret II des Jahres 1228 v. CHR Besteht die Möglichkeit, dass am 19. Dezember Juli 8 Dezember Greck noch eine Sichtung vorgenommen werden konnte. Eine sichere Aussage kann jedoch nicht getroffen werden, sodass lediglich für den 18. Dezember Juli 7 Dezember Greck von einer zweifelsfreien Sichtung des Altlichts ausgegangen werden kann. Ein alternatives Astronomisches Neumonddatum bezüglich des 27. Perret II liegt nach Gauchis Zuweisung für das Jahr 1239 v. CHR vor. Allerdings ist jenes Datum mit ähnlichen Sichtbarkeitsproblemen des Jahres 1228 v. CHR Verbunden Krönung Etwa am 7. August Greck 1279 v. CHR Er folgte wohl die Beerdigung seines Vaters Cetos. Die traditionsgemäß mindestens 70 Tage nach dem Tod vorgenommen wurde und zumeist an den mythologischen Himmelsaufstieg des Königs am 2. Mondmonatstag gekoppelt war. Anschließend wurde der junge Prinz auf seine Krönungszeremonie vorbereitet. Als Ramse schließlich die straußenfederne Cepreschkrone trug, wurde seine aus fünf Namen bestehende Königstitulatur verkündet. Jusamatre seete Pnrihoros Namen mächtiger Stier, geliebt von Mart, Herr von Seetfesten wie sein Vater Ptahatatnen, geliebter Disre, der jedes Fremdland niedertritt unter seinen Sohlen, der sich über die Martfreude der Theben erhebt mit mächtiger Kraft, reich an Kraft. Sohn des Atom mit großen Siegen, der mit seiner Schlagkraft kämpft, mit großem Königtum, mit großem Ansehen, der die Mart erhebt. Reich an Schlagkraft mit spitzen Hörnern, der jedes Land schlägt, der die beiden Länder vereint, mit beständigem Willen und mächtiger Kraft. Mit großen Seetfesten, geliebter der beiden Länder, starker Stier des Reh, der die Asiaten zerschlägt, Stier der Herrscher. Groß an Seetfesten wie Taten. Nebteinnahmen Beschützer Ägyptens, der die beiden Länder unterwirft, Reh, der die Götterstatuen hervorbringt, der die beiden Länder begründet. Göttliches Abbild des Chepri, mit großem Ansehen, Beschützer Ägyptens, der die Denkmäler in Luxor hervorragend ausführt für seinen Vater Amun, der ihn auf seinen Thron gesetzt hat, der sich über die Martfreude wieder reißen Tische, Kämpfer für Millionen Löwe mit starkem Willen. Der mit seiner Schlagkraft kämpft, der seine Armee beschützt, der den ihn angreifenden zu Fall bringt, der das Ende der Welt erreicht. Goldnamen Gold, Russ, Reich an Jahren, Groß an Siegen, Reich an Schlagkraft, Geliebter der beiden Länder, ein Pfeiler wie derjenige, der in Theben ist. Der Nützliches ausführt für den, der ihn erschaffen hat, mit mächtiger Schlagkraft, der die neuen Bogen unterwirft. Mit großen Siegen in jedem Fremdland, mit großem Ansehen und mächtiger Kraft, der die Fremdländer bezwingt und die Rebellen niederwirft. Nach einer anschließenden erneuten Salbung schloss ein Priester die Intronisierung ab. Es folgten noch eine Nachtzeremonie und eine Zeremonie im Lebenshaus. Dann konnte der neue Pharao endlich seinen goldbeschlagenen Wagen besteigen und sich in einem großen Umzug seinem jubelnden Volk zeigen. Pharao Ramses II. Ramses Mutter Thuja regierte in den ersten Jahren der Herrschaft zusammen mit seinen beiden Hauptfrauen Nefertari und Isis Nofred als große königliche Gemahlin an seiner Seite. Dies ist auf vielen in Schriften, die aus den frühen Regierungsjahren stammen, belegt. Thuja starb dann aber im Jahr 1258 v. chr und wurde im Tal der Königinnen im Grab QV80 bestattet. Ramses erhob seine Tochter Bintanat im Folgejahr zur großen königlichen Gemahlin. 1255 v. chr bekam auch Meritamun dieses hohe Amt angetragen. Im Jahr 1255 v. chr verstarb die große königliche Gemahlin Nefertari, die Ramses auf vielen Inschriften wegen ihrer Schönheit und seiner Liebe zu ihr förmlich vergötterte. Ihr Tod muss ein schwerer Schlag für den Pharao gewesen sein. Die Beisetzung fand im Tal der Königinnen statt. Das Grab der Nefertari wurde 1904 von Ernesto Schiaparelli entdeckt und gilt heute als eines der schönsten und besterhaltenen Gräber ganz Ägyptens. Als die große königliche Gemahlin Isis Nofred im Jahr 1246 v. chr starb, heiratete Ramses wohl aus politischen Gründen eine heretitische Prinzessin, die von ihm den Namen Mathorne verhielt. Wenn der auf späteren Inschriften erwähnte Sohn des Ramses Seth Herr Scheppeschef mit Amum Herr Scheppeschef identisch ist, starb dieser um das Jahr 1244 v. chr. Er wurde im Grab Kv 5 im Tal der Könige beigesetzt. Für das Jahr 1239 v. chr. verzeichnen Inschriften die Heirat mit einer weiteren heretitischen Prinzessin, deren Name aber nicht erwähnt wird. Prinz Shem Vasit, der im Jahr 1230 v. chr. als Ramses Nachfolger proklamiert wurde, starb aber schon fünf Jahre später, sodass 1225 v. chr. Prinz Merinter als neuer Thronfolger eingesetzt wurde. Ein sehr wichtiges Mitglied am Hofe des Pharaos war der Vesier Pasa. Er hatte dieses Amt schon unter Ramses Vaters etos i. inne. Auch unter Ramses II. spielte Pasa im ägyptischen Reich eine große Rolle. Er unterstützte den Pharao nicht nur in innenpolitischen Angelegenheiten, auch außenpolitisch besaß Pasa durchaus ein Mitspracherecht. Schon unter der Regierung von Setos i. waren die Hauptfeinde die libyschen Stämme im Nordwesten, sowie die syrischen Vaisalenstaaten, die sich immer wieder gegen die ägyptische Herrschaft erhoben. Gegen Ende der Regierungszeit traf das Herr Setos i. hier auch erstmals auf das hethitische Großreich, das begonnen hatte, sich in Richtung Ägypten auszudehnen und die Stadt Kadasch in Nordsyrien eroberte. So war auch Ramses II. gezwungen, sich gegen dieselben Gegner zur Wehr zu setzen. Gerade die Hethiter bereiteten ihm zu Beginn seiner Regierungszeit große Schwierigkeiten. Feldzüge nach Syrien schon im Sommer des vierten Jahres seiner Regierung, 1276 v. CHR, zog Ramses mit seinem Heer gegen Syrien. Das Heer schlug den Weg ins Landesinnere ein und eroberte das Fürstentum Amuru, das unter der Herrschaft des Bentesina stand, zurück. Mit diesem Schlag forderte Ramses die Hethiter förmlich auf, sich eine Entscheidungsschlacht um die Vorherrschaft im syrischen Raum zu stellen. Ramses rüstete eine Armee von etwa 20.000 Mann aus und zog mit ihr 1274 v. CHR, den heutigen Gazastreifen entlang nach Syrien. Rund 16 Kilometer vor der Stadt Kadesh am Ororontes im Wald von Labwi kam das Heer Anfang Mai zum Stehen. Auch der Hethiter König Muwatali II. hatte ein Heer aufgestellt, das mit zwei Divisionen von jeweils fast 19.000 Mann und einer Streitmacht von 2500 bis 3500 Kampfwagenlenkern angeblich fast doppelt so groß war, wie das ägyptische Heer. Hier kam es am 12. Mai 1274 v. CHR zur Entscheidungsschlacht bei Kadesh, die die bestdokumentierte Konfrontation zweier Staaten der Antike bis zu diesem Zeitpunkt ist, da ihr Verlauf in vielen Tempelinschriften Ramses II. erhalten ist. Die Schlacht brachte keinem der beteiligten Gegner einen eindeutigen Vorteil, auch wenn Ramses das Ziel des Feldzugs, die Einnahme von Kadesh, klar verfehlte. Zurück in Ägypten ließ er jedoch die Schlacht als einen großen Sieg seiner Truppen darstellen. In den Folgejahren stabilisierte sich der hethitische Einfluss im Norden, aber die Hethiter konnten nicht bis nach Ägypten vordringen. Ramses führte noch dreimal sein Herr nach Norden. Nach etwa 15 Jahren sahen sich die Hethiter jedoch von einem neuen Feind, den Aussürern, bedroht, sodass der König Herthuseli III. Ramses einen Friedensschluss, ja sogar einen Bündnispakt anbot. Während an dieser Front relative Ruhe herrschte, musste sich Ramses aber durchaus bemühen, die anderen Landesgrenzen zu sichern. So unternahm er beispielsweise 1236 v. CHR, eine Strafexpedition in den Süden nach Nubien. Frieden nach monatelangen Verhandlungen gelang es schließlich am 21. November 1259 v. CHR, den Friedensvertrag zwischen Ramses II. und Hathuseli III. zu unterzeichnen. 1246 v. CHR schlug Hathuseli III. Zusätzlich die Heirat Ramses mit einer seiner Töchter, Marthorne Farue, vor, um das Bündnis zwischen den beiden Ländern noch zu vertiefen. Zwei weitere Hochzeiten sollten folgen. Der Frieden mit den Hethitern, der als ältester bekannter schriftlicher Friedensschluss gilt, hielt bis über den Tod Ramses II. hinaus. Sogar sein Sohn und Nachfolger auf dem Pharaonenthron, Marthorne, lieferte Getreide an den hethitischen König Sopilolioma II., als in dessen Reich eine Hungersnot ausbrach. Doch gegen Feinde der Hethiter zog Marthorne nicht zu Felde, wie es der Friedensvertrag eigentlich vorsah. Kurz darauf ging das hethitische Reich unter. Der Hofstaat des Herrschers ist relativ gut dokumentiert. Viele seiner Beamten sind durch zahlreiche und bedeutende Denkmäler belegt. An erster Stelle sind hier die Wesere zu nennen. Nebamun, Pasar, Rahotep, Chai und Nefanpet. Vor allem Pasar scheint eine bedeutende Persönlichkeit gewesen zu sein, der sogar einen Brief an den Großkönig Hathuseli III. sandte. Von den anderen Beamten sei der Vizekönig von Kush-Sethau erwähnt, der selbst an Tempelbauten des Herrschers seinen Namen anbringen ließ. Durch Ramses rege Bautätigkeit, die mit der Vollendung der begonnenen Bauwerke seines Vaters begann, ist uns im Wesentlichen seine Geschichte überliefert. Dies resultiert aus der gewaltigen Zahl an Inschriften, die er in die Tempel, Paläste und Stelen einmeißeln ließ. Ramses hatte eine Vorliebe für Bauten von außerordentlichem Umfang und Imposanz, die jedoch schon nach einigen Jahrhunderten wegen schlechter Fundamente und anderer Baufehler, Flüchtigkeiten einiges von ihrer Wirkung einbüßten. Nachfolgend eine kleine Auswahl der Bauten und Ausbauten. Tempel des Ramses II. Von Ebedos Aksha-Tempel Amara Beit El-Wali Etter Jabal Asil-Tsela Gerv Hussein Heliopolis Herakleopolis Magna Hermopolis Magna Karnak-Tempel Luxor-Tempel Memphis Seraphium in Saqqara Wadi Asubu Pyramese Schon kurz nach dem Tod seines Vaters erklärte Ramses den bei der alten Hyksos-Stadt Aueres im östlichen Nil-Delta gelegenen Sommerpalast, der von seinem Vater erbaut wurde, zum Kern seiner neuen Hauptstadt. Er ließ ihn zu einer gewaltigen Metropole am Pelusischen Nil-Arm ausbauen, die wahrscheinlich eine Fläche von über 30 Quadratkilometer bedeckte. Die Tempelanlagen der Stadt wurden von späteren Dynastien, hier besonders der 22. Dynastie abgebaut und zum Bau von deren Hauptstadt Tarnes weiterverwendet, da der Pelusische Nil-Arm schon zu Zeiten der 20. Dynastie zu versanden begann und die Hafenanlagen nutzlos wurden. Abu Simbel Das wohl bekannteste Bauwerk, das Ramses II. hat bauen lassen, ist der Tempel von Abu Simbel. Die aus zwei Tempeln bestehende Tempelanlage liegt etwa 300 Kilometer südlich von Assuan, am Rande des Nasser Stausees, im damaligen Nubien. Es wird vermutet, dass er dieses prunkvolle Bauwerk bewusst zur Abschreckung der unterworfenen Nubia dort bauen ließ. Die Außenwand des größeren Tempels zieren vier überlebensgroße Sitzstatuen von Ramses II. und mehrere kleinere seiner Frauen und Kinder. Der kleine Tempel von Abu Simbel ist Ramses erster Hauptfrau Nefertari gewidmet. In einer großen internationalen Aktion konnte die Tempelanlage ab 1964 vor den durch den neu angelegten Nasser See immer höher steigenden Nilfluten gerettet werden, indem sie auf ein 64 Meter höheres Niveau versetzt wurde. Das Ramsesium an der Stelle in Theben-West, wo schon sein Vaters Ethosie einen Schrein errichtet hatte, baute Ramses den Palast des Ramses II., vereint mit Theben im Reich des Ammon. Schon in der Antike wurde der Palast als Steinbruch benutzt und andere ägyptische Dynastien benutzten dessen Steine zum Bau ihrer eigenen Tempel. Im frühen 19. Jahrhundert während der ägyptischen Expedition erforschte Champalion die Anlage und gab ihr den Namen Ramsesium.